Erwerbsminderungsrente als Dauerrente durchgesetzt mit 74.000 Euro Rentennachzahlung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 27. Januar 2021 beantragten wir im Auftrag einer Kundin eine Rente wegen Erwerbsminderung. Hintergrund ist, dass unsere Kundin im orthopädisch-neurologischen Bereich erkrankt ist. Mit Bescheid vom 10. Juli 2020, also ein Jahr vorher ungefähr, wurde für unsere Kundin ein Grad der Behinderung von 50 festgestellt. Für uns heißt das übersetzt, sie ist schwer krank. Am 31. Januar 2021 erhielten wir dann ein Schreiben von der Deutschen Rentenversicherung mit der Einladung zu einer Begutachtung. Wir haben dann unsere Kundin mit einem Intensivcoaching auf die Begutachtung vorbereitet. Die Begutachtung sollte im Bereich Orthopädie und Neurologie stattfinden. Danach, also nachdem die Begutachtung stattgefunden hat, war dann Warten angesagt, weil die Ergebnisse der Begutachtung ausstanden. Im Februar 2022 fragten wir bei der Deutschen Rentenversicherung an, wo denn das Gutachten bleibt und forderten die Herausgabe ab. Im März 2022 haben wir dann das Gutachten erhalten. Es stellte fest, dass unsere Mandantin in ihrem zuletzt ausgeübten Beruf als Krankenschwester nur noch unter drei Stunden arbeiten kann und im allgemeinen Arbeitsmarkt ebenfalls ein aufgehobenes Leistungsvermögen hat. Mit Bescheid vom 11. Mai 2022 bewilligte die Deutsche Rentenversicherung die von uns beantragte EM-Rente als Dauerrente bis zum Erreichen der Regelärtersgrenze. Die Rente beginnt laut Bescheid am 01.06.2018. Die Rentennachzahlung beträgt rund 74.400 Euro netto. Hiervon wird die Krankenkasse und die Bundesagentur für Arbeit auch etwas erstattet bekommen. Das ist klar, dass da hier Sozialleistungsträger noch die Hand aufhalten. Unsere Mandantin war wirklich hoch erfreut, dass es mit der Rente ohne Widerspruch und Klageverfahren geklappt hat. Noch schöner, dass die EM-Rente als Dauerrente bewilligt worden ist. Sie wird sicher aus der Rentennachzahlung von den 74.400 Euro noch ein ganz großes Sümmchen netto erhalten, weil sie ab dem 24.03.2021 gar kein ALG1 mehr hatte und sie hat dann sozusagen vom Ersparten gelebt und vom Einkommen ihres Mannes. Sie war dann dort auch in der Familienversicherung ihres Mannes krankenversichert. Aber ganz ausgestanden ist die Sache noch nicht. Denn wir haben gegen den Rentenbescheid im Auftrag unserer Kundin fristgemäß Widerspruch eingelegt. Wir haben beantragt, dass die EM-Rente nicht zum 01.06.2018 beginnt, sondern erst nach dem 31.12.2018, also mit Beginn der neuen Zurechnungszeit. Denn die Rentenversicherung hat den Beginn der EM-Rente zum 01.06.2018 festgelegt. Und zwar war das praktisch dieses Datum, wo unsere Mandantin im Jahr 2018 einen Reha-Antrag gestellt hat. Aber sie wurde weder von einem Sozialleistungsträger wie eine Krankenkasse oder der Bundesagentur für Arbeit ausdrücklich zu einem Reha-Antrag aufgefordert. Sie ist, so ihre Auffassung, in ihrem Dispositionsrecht nicht eingeschränkt. Daher kann unsere Mandantin selbst bestimmen, wann die Rente beginnt. Laut Gutachten liegt die Erwerbsminderung erst ab Rentenantrag vor, also im Jahr 2021. Für unsere Mandantin geht es letztlich nur darum, dass die EM-Rente nach dem 31.12.2018 beginnt, weil sie dann eine höhere Zurechnungszeit bekommt und damit auch eine höhere EM-Rente. Ohne unser Intensivcoaching hätte es wahrscheinlich mit der EM-Rente nicht geklappt, so sagte es unsere Kundin. Alles in allem ist sie sehr zufrieden mit unseren Leistungen und kann sorgenfrei in die Zukunft schauen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Seid